Ich wollte mich nicht lenken lassen, ich wollte mich nicht leiden lassen. Ich habe allen misstraut, die einen Ratschläge gegeben haben. Ich war erziehungsresistent, würde man heute sagen. Ich war jemand, der wirklich sehr wild war. Das Problem bei mir ist, ich arbeite sehr flüssig, sehr dünn und sehr schnell. Und dann läuft die Farbe runter und das geht nicht. Dann machst du es auf den Boden. Jetzt habe ich von diesem Foto ein Farb negativ gemacht. Also die Hautwerte, die Rot-Gelbwerte, die werden blau. Das heißt, durch dieses technische Spiel ist das ein neues Modell geworden. Wir leben ja so eng zusammen, dass man es nicht beschreiben kann. Wir sind ja wirklich 24 Stunden zusammen. Wir unterhalten uns, wir streiten uns, alles Mögliche. Ich weiß genau, was er macht. Sie braucht mich ja nur anzuschauen, dabei sehe ich ja Mist gemacht. Lange Zeit habe ich gesagt, ich kann meine Frau, die ich sehr liebe, kann ich gar nicht malen. Wie soll ich denn das machen? Und ich habe das auch nicht gekonnt. Das habe ich erst gekonnt, als ich angefangen habe, verkehrt rumzuarbeiten. Baslitz war immer und wollte immer ein moderner Künstler sein. Nur die moderne, die er wollte, die gab es nicht. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Das hätte ich so etwas noch nie gemacht. Das wäre es das erste Mal. Aber da ich immer neue Sachen mache, gibt es das Problem. Bist du noch da? Akzeptieren die Leute das? Lieben die dich vielleicht sogar? Oder finden sie es langweilig? Das wäre es das erste Mal.